Mikalor Tools & Engineering Bei Mikalor Tools & Engineering kommen zur Herstellung von Werkzeugen und progressiven Matrizen die neuesten auf dem Markt erhältlichen Technologien zum Einsatz. Ausgehend von unserer Ingenieurabteilung oder dem Teileplan unseres Kunden beginnt die Ausführung des eigentlichen Projekts anhand eines Entwurfs in 2D oder 3D von dem Hilfswerkzeug oder der progressiven Matrize. Nach Erstellung der Prototypen und deren Abnahme durch den Kunden beginnt die Bearbeitungsphase mit den entsprechenden Ausrüstungen. Anschließend kommen unter anderem Schleifmaschinen, Draht-Elektroerosionsmaschinen und Elektrodenschweißmaschinen zum Einsatz. Nach Fertigstellung des Werkzeugs oder der progressiven Matrize folgt die Bearbeitung zur Entjustierung durch Presse- oder Falzwerk je nach Werkstück. Dabei werden alle Tests durchgeführt, die notwendig sind, um ein perfektes Funktionieren und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die so hergestellten Vorserien werden nun Prüfungen mit digitalen und dreidimensionalen Projektoren unterzogen. Nach erfolgreichem Bestehen und der endgültigen Abnahme wird das Werkzeug oder die progressive Matrize dem Kunden übergeben. Bei Mikalot Tools in Engineering werden Matrizen verschiedener Techniken entworfen und hergestellt, unter anderem zum Stanzen, Tiefziehen, Falzen, Gewinde bohren, verzapfen und schweißen. Außerdem bieten wir alle Arten von Ersatzteilen, die notwendig sind, um ein perfektes Funktionieren zu garantieren.